Ubisoft, wie wär's mit Favela und Bombe oben im Packraum? Okay, und damit hallo da seid's und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Verteidigen im Keller. Hm, nicht ganz. Verteidigen im Keller. Die Bomben, Schütze. Wand verstärkt! Nein, nicht da aufmachen. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Es bleiben 10 Sekunden. AVS ist Einsatzbereit. Noch 5 Sekunden. Bombe vom Gegner entdeckt. AVS geraten. Stacheldraht wird ausgelegt. Willkommensmatte eingereicht. Den Gehaltsaufstand halten. Bereiche Willkommensmatte vor. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Gerät zu. Zahraαν. Die gonna werden wieder intel Delhiisce. Wollt ihr. sie Precisetzen? Wie sie Testfähig sind. Oder았습니다. Was characteristics das nicht? Keine. depressziehen. Ist das nicht geht? Töne drauf. Was equivacśli? Ich sini. Ich lade mein Magazin. Parkhänden-Schlafzimmer. Baustelle ist jemand. Was? Die ist doch Metall. Huiuiui. Hier war noch einer Baustelle. Der Gegner entdeckt. Ach, komm, Mann, Leute, was? Wo, was? Wohin wir denn? Was macht das? Ist... Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Nur noch ein Gegner übrig. Zehn Sekunden noch. Puh. Alle Gegner eliminiert. gegner columnar von einem Launch Naks. Nein, das war der Spritzen, äh, Schutflünden, Heinz. Ich wollte aber da, standst du und der noch im Weg. Jetzt ist der NavS, Mann. Die Gegner haben eine Brombe entdeckt, zum Angriff bereit machen. Zehn Sekunden. Störz ist er gestanden. Störz ist er gestanden. Störz ist er aufgelegt. Noch fünf Sekunden. Ich lade jetzt nach! Bereit. Böses Auge einsatzbereit. Ich lade jetzt hier. Setzen Störzünder ein. Jetzt. Puh. Wand gesichert! Ja, genau. Äh, woher denn bitte, Mann? Oh, Mann! Oh, Gott. Das ist so scharf. Bitte lächeln. Bitte lächeln. Ich lade auch unsere Kameras, die Taggepi. In der Garage kommt auch mal so. Okay. Scheiße, ich seh nix. Letzter verbleibender Gegner. Ich lade schon mal einen Kontaktkanal. Ja, sterbe ich dabei. Gegner eliminiert. Sehr schön. Ich weiß nicht, wozu die Dinger überhaupt mitmüssen. Gehe ich vorne, werde ich umgebracht. Du musst doch schon um die Ecke gucken. Ich habe, wenn man die um Ecken werfen könnte, das wäre was. Zielsuchende Kontaktgranaten. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Da sauber. Oben. Kann auch sein. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Macht sie. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Oh, nach langer Zeit mal wieder nicht da in der Kacke. Meist vor allem. Okay. Ich öffne die Baustelle. Jetzt können wir uns auf dem Zweifel. Deaktiviert die Elektronik. Wenn, rabisch. Willkommensmatte hab ich. Alle Willkommensmatten kaputt. Wer war da? Da war einer. Frau Frost. Er hat mich auch. Die Bombe wurde lokalisiert. Weckle Magazine. Stoßwelle. Und Action. Lade nach. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Entschärfer wurde erneut gesichert. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Anstatt Hüftfeuer zu feuern. Gegner neutralisiert. Eigener Druck erfolgreich. A. B. A. B. K. B. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich fliege eine Runde Ja Bist du draußen noch? Du hast ihn entschärfer fallen gelassen Bist du runtergefallen, oder? Ist da ein Gegner irgendwo? Muss er denn da ein Gegner sein? Weiß ich ja nicht, ich muss mir einfach sagen Hm, Amaro Oh! Reaktion! Splittergranate eingesetzt! Ja, Schaden angeschossen hinterm Pferd. Jäger. Ach komm, Alter, ich... Ey, das kann doch nicht sein! Was ist denn das? Werden meine Kopftreffer gar nicht mehr gezählt, oder was? Wir müssen eine Bombe aufspüren. Die Küche? Ja. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Frau Frost haben sie noch. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Der letzte Mann ist der letzte. Nee, kann ich auch. Zehn Sekunden bis Einsatz. Ein Stück weg tiefer. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Darf mich dann auch nicht mehr bewegen plötzlich. Ja, das ist... Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Machen Sie auf. Machen Sie auf. Machen Sie auf. die drohne ist aktiviert Entschärfer muss zurückgeholt werden Melusi habe ich oder ein anderer Aua noch jemand Ach Kapkan war da im Gang vor dir Ach komm Alter das ist doch nicht dein Ernst ey Entschärfer wurde erneut gesichert, ein Gegner verbleibt In der Küche ist es tot Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich Rums Jetzt hätte es nochmal expedieren müssen bei mir da raus sein Ja 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 Wir kitchen Ja 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 No Dann Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Wand verfestigt! Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Wand versteckt! Meine Herren, Sie sind in der Hand. Flugansperre angebracht. Sollen Sie nur kommen. Zehn Sekunden. Komm, ich meine Vorabschlussperre scharf gemacht. Abstand halten. Es bleiben fünf Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Lange Arme. Machst du denn da? Wenn du hier gestrumpft hast, muss ich mir einen anderen Platz suchen. Ist nicht schlimm, aber ich muss mir einen anderen Platz suchen. Damit ich das Fenster halbwegs sehen kann. Ein wunderschönes, böses Auge ist bereit. Wechsel die Magazine! Einer noch Musikzimmer. Oh Gott, Füß. Nein! Die Kralle ist im Einsatz. Nur noch ein Gegner übrig. Gegner eliminiert. Missionserfordern zu eigenem Trupp. Musikzimmer. 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 Die Bomben sichern. Ein böses Auge knüpft sich ein paar Stronsos vor. Stacheldrad ist aufgelegt. Achtung, ein Bomben-Stacheld ist in Gefahr. Die Verreizung verreißen. Das war ein großes Loch. Fünf Sekunden. Fünf Sekunden. Die Bombe vom Gegner entdeckt. Die Attila ist an. Barrikade steht. Flughaussperre einsatzbereit. Übertragung läuft. Die 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 Was ist denn da? Gucken ob hier eine Drohne ist Da war eine Die habe ich schon Luca offen beim alten Turm Hinten alter Turm ist einer Beim Briefing Raumtür offen Zero haben wir Ich hab den Briefing Raumtypen Capcom bei Capcom Ach komm ey Noch nicht Wie wusste es ist Geht er zum Billard weiter siehst du das? Keine Ahnung Ne jetzt kommt er jetzt kommt er jetzt kommt er Okay Danke für die Ansage Das Alter siegt Und nochmal auf das Rotationsloch in der ersten Runde bei der ersten Partie Clubhouse zu sprechen zu kommen Es war ziemlich fies Aber ich mag das überhaupt nicht da die Wand offen zu haben deswegen habe ich sie einfach zugemacht In der zweiten Verteidigerrunde Das war nicht so schlimm aber bei der ersten da wollte ich einfach zu haben Wie gesagt ist zwar fies wenn die da so spielen wollen aber ich finde es einfach grässlich wenn da offen ist Und deswegen habe ich es einfach ganz gemein zugemacht und bis zum nächsten mal macht's gut und tschüss tschüss Ciao